Heute werden wir ein Paar sehen, das voller Liebe eine tolle Zeit verbringen wird. Ein Paar, das den Bosphorus zum Leben bringen wird. Ein Paar, das Stimmung macht und das weiß, dass sie die Zeit jedes Lebens haben wird. Auf Naomi und Isingel. Hallo, babe. Ich habe mir in meinem Leben noch nie bei etwas so schwer getan, wie bei Verfassen dieses Eheversprechens. Stundenlang blickte ich auf die leeren Seiten, weil es einfach nicht gut genug war. Es war nicht gut genug für dich. Für dich will ich nur das Beste. Die Kennenlern-Geschichte klingt wie eine Love-Story aus Filmen. Aber sie ist echt. Es ist unsere Geschichte. Dieser Typ da unten auf dem Spielfeld, wie er mich angesehen hat. Oft, wirklich oft. Am Ende ein Lächeln. Ob ich dich gut fand? Vielleicht. Schon ziemlich. Ich möchte dir hier, heute vor unseren liebsten Menschen, einfach nur Danke sagen. Danke, dass du mich bei jedem Abenteuer so uneigennützig unterstützt. Egal, wie verrückt und stressig die Reise auch zu scheinen mag. Hauptsache, wir gehen den Weg zusammen. Danke, dass ich dich panisch um vier Uhr morgens wecken kann. Und du schaffst, die richtigen Worte findest, um mich zu beruhigen. Danke, dass du genauso bist, wie du bist. Mein Leben hat sich mit einem Schlag um 180 Grad gedreht. Eine neue Welt hat sich mir eröffnet. Neue Herausforderungen, die es zu bewältigen gab. Eine neue Lebensweise, in die ich mich einfinden durfte. Und ich liebe einfach alles daran. Danke, dass du die Orte, an denen ich berufsbedingt sein muss, endlich zu meinem Zuhause gemacht hast. Noch nie hat sich etwas so leicht angefühlt, wie das Leben und die Liebe mit dir. Ich bin so dankbar, dich an meiner Seite zu haben. Du schenkst mir jeden Tag so viel Liebe, Kraft, Freude und Selbstvertrauen. Und egal, in welcher Stadt wir in der Zukunft unsere Wurzeln schlagen werden. Wo du bist, da bin ich zu Hause. Lieber Ismet, möchtest du, Naomi, als deine Frau und mit ihr den Weg gemeinsam gehen, egal was auch kommen mag? Dann antworte bitte deutlich mit Ja, ich will. Ja, ich will! Dann gehören immer noch zwei dazu, okay? Und liebe Naomi, auch dich möchte ich fragen. Möchtest du mit Ismet gemeinsam den Weg gehen, egal was auch kommen mag? In den guten, aber auch in den schwierigen Zeiten. Dann antworte bitte auch du mit Ja, ich will. Dann darfst du jetzt deine Braut küssen! Ismet, du bist das Beste, das ich mir für meine beste Freundin wünschen könnte. Und das sage ich, obwohl ich meine Aufgabe, niemals jemanden gut genug für sie zu finden, immer sehr, sehr ernst genommen habe. Ich bin unendlich dankbar, dass ihr euch gefunden habt. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich dich vor zehn Jahren gefunden habe. Und ich kann es kaum abwarten zu sehen, was der Rest eures Lebens für euch bereithält. Möchtest du in den nächsten Mal? Ja! Ich habe Naomi Hüfters gefragt, mein Schatz, bist du glücklich? Und sie sagte, ja Papa, ich bin mit Uisi glücklich. So gebe ich dir auf den Weg, beschütze meine Naomi, so wie wir es getan haben. Du liebst sie und du lässt sie, sie selbst sein. Ich freue mich auf die unvergessliche Nacht, auf die Zeit, mit der ich euch noch haben werde. Auf Uisi und Naomi! Cheers! Danke, dass du auf die Frage, ob du meine Frau werden willst, mit Ja, ich will geantwortet hast. Ich freue mich auf alles, was noch kommt.